Keiner zu sehen, und du weißt, du stehst, weil du heute vor mir gehst, ich nur folge zählen, ich werde das sein. So, hallo, guten Abend zusammen hier, hier ist wieder Final Edition on Tour. Heute aus dem beschaulichen Büderich, ein wunderbares Schützenfest. Wie ihr seht, sind wir alle leicht bekleidet angezogen, etwas warm hier heute Abend. Ja, ich habe mir einen Sonnenbrand heute Morgen eingefangen, ich war noch fleißig zu Hause. Heute Abend wieder mit Kollege Tom am Schlagwerk. Hallo, gut gelaunt, Kollegen. Klar, aber hallo, hallo, hallo. Ja, wir schieben die Veranstaltung heute Abend zum ersten Mal, wir wissen noch nicht genau, was kommt. Ich hatte mich noch nicht geäußert. Nein, wir haben die Veranstaltung hier schon vor zwei Jahren gespielt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber Dienstag sind wir auch noch mal hier. Dienstag sind wir auch noch mal hier. Also, wir können mir heute nichts Schöneres vorstellen. Also, wer möchte Dienstag. Dienstag sind wir auch wieder hier. Wir wollen mal abwarten, was heute Abend so passiert. Also, ich kann mich an die Veranstaltung nicht mehr erinnern. Weiß nicht warum. Laschet, du hast einen ganz roten Nacken. Hast du zu Hause nicht alt? Nee, ich bin ein Redneck ab sowas. Also, wir melden uns nachher nochmal, zeigen euch nachher ein paar Bilder, wie der Abend so verläuft. Und dann sehen wir uns zum Schluss wieder. Bis nachher. Und dann sehen wir uns zum Schluss. Und dann sehen wir uns zum Schluss. Tschürzen fürs Feuer. Jedes Jahr bei Tag lang, Tschürzen fürs Feuer. Jedes Jahr bei Tag lang, Tschürzen fürs Feuer. Ja, 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 ja. Musik Musik Ja, liebe Leute, wir haben es bald geschafft, noch eine Runde, eine letzte. Zusammenfassend können wir sagen, okay, aber viel zu warm. Ja, geschwitzt haben wir alle, wie die Plätze, stinken alle. Wunderschaft. Also, wir bringen die Runde jetzt vorbei, wir werden uns zu ändern und dann fahren wir schön nach Hause, eben ein kühlter Auto mit Klimaanlage. Keine Klimaanlage. Ich habe Klimaanlage und dann fahren wir schön nach Hause, legen uns ins Bettchen und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Musik Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Musik 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 Musik